Herzlich Willkommen bei Who is Tommy? Ja, was geht ab? Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt, was er heute macht. Lass mal ein Abo oder vielleicht auch ein Daumen da, dann wird die Community im Endeffekt auch viel größer. Abo-Button So, meine Freunde, ihr seht das, Polizeistunde aufgehoben. Willkommen zu Folge 6 von Drug Dealer Simulator. Ja, jawoll. Wir sind wieder am Start. Die Polizeistunde ist jetzt gerade vorbei. Das heißt, wir können uns zumindest einigermaßen frei bewegen, ohne Angst haben zu müssen. Wir können zwar immer noch kontrolliert werden, aber wir werden dann nicht verhaftet. So, jetzt werden wir hier erstmal gerade eine Grinsekarze ist in der Haus reinmachen. Jawoll. Respekt, Junge. Respekt. Und dann gehen wir jetzt mal auf ganz geschmeidig. Haben wir noch Drogen dabei? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir können ruhig von der Polizei auch kontrolliert werden. Wir gehen jetzt einfach mal ganz geschmeidig rüber zur Tanke. Ja, und werden dann da mal gucken, dass wir Backpulver kaufen. Hallo Officers. Joggen mal ein bisschen. Hop, 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 hop. Hallo. Von den Ja. Ich würde gerne was kaufen. Backpulver. Was macht man eigentlich mit Ibuprofen? Keine Ahnung. Verkauft man das dann eventuell als Ecstasy oder so? Man weiß es nicht. Waschpulver will ich den jetzt nicht unbedingt reinhauen. Kleiner Rucksack. Mittlere Packung. Ah, das ist ein Rucksack. Aceton. Salz. Zucker. Ne, wir behalten das Backpulver. Rauchst da rein, ja? Mach gut. Und gehen jetzt einfach mal hoch. Ah, ein bisschen Sport hier. Kurz nach Hause und guck mal, ob wir auf dem Mischebrett eventuell ein bisschen was mischen können. Hop, 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 hop. Die Tür kriege ich wieder von alleine zu und die erschreckt mich zu Tode. Kein Problem, kein Problem. Hallo. Ja, Nachrichten müssen jetzt erstmal warten. Wir werden jetzt erstmal hier präzision armselig. Was willst du eigentlich von mir? Wir packen jetzt das erstmal wieder da rein. Ja, ja, ist weiß. Ah, immer wieder die Bestätigung finde ich ein bisschen scheiße. Aber so. So, was können wir hier mit... Inhaltsstoffe ausgelöst. Stoff hinzufügen. Ich will erst einen Ausgangsstoff. Äh. Mixer für Flüssigkeiten. Mühlen verwandeln alle Stoffen mit Ausnahme von getrockneten Pflanzen und Pulver. Pillenmaschine, Trockner. Achso, was habe ich noch alles gar nicht, ne? Okay. Äh, verschiedene Stoffe zu mischen. Okay, passt auf. Vielleicht können wir ja... Kann ich das hier drauflegen? Must be... Must be... Must be... Äh, ja. Okay. Aha. Amphetamin zur Mischplatte hinzufügen. Ich würde sagen, 8 Gramm. So, jetzt würde ich hier... Mein Backpulver... Könnte halt auch dazu tun. Ne, ich würde sagen, wir strecken das... Äh, wir haben 8 Gramm drauf. Wir machen 2 Gramm Mehl dazu. So. So. Mix anwenden. Genau. So machen wir aus 8 Gramm Amphetamin... 10 Gramm Amphetamin. Das funktioniert. Das funktioniert so, wie ich mir gedacht habe. Jetzt bitte, liebe Leute, fragt euch einfach nicht... Warum ich sowas kann oder warum ich sowas weiß. Habe ich nämlich in der Zeitung gelesen. So. Ähm. Das haben wir jetzt. Und jetzt würde ich das gerne... Eine Mische. 9,98. Okay. So. Haha. So. Jetzt haben wir das. Jetzt wollen wir das Produkt verpacken. Und zwar... Äh. Machen wir mal 2 Gramm Päckchen. Auf jeden Fall erst mal... Äh. 6. Diese Masse. Echt? Oh ja, tatsächlich. Huch. Ich habe ja nur... Ah. Verzeihung. 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 Äh. Äh. Machen wir... 4. Päckchen vom neuen Mix. Die Masse. Warum? Vier mal zwei sind, aber machbar oder nicht? Hier. Abbrechen. Muss ich das nochmal neu machen oder warum geht das nicht? Produkt verpacken. Ach, ich hatte das hier. Ja, nee, alles klar. Ich weiß, woran es liegt. Jawohl. So. Jetzt können wir hier unsere Drogen diese hier einfach so hinlegen. Backpulver waren wir auch noch in der Tasche, ist ja alles kein Problem. Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir die Scheiße irgendwen verkaufen können und der es letzten Endes eventuell gar nicht mitkriegt. Was möchtest du denn? Speed. Er möchte Speed haben. Zwei Gramm. Kriegst du. Was möchtest du? Speed. Zwei Gramm. Kriegst du. Was möchtest du? Grüne Fee. Wie viel? Zwei Gramm. Kannst du auch haben. Und du möchtest auch nochmal Speed. Zwei Gramm. Let's go. So, wir haben zwei, vier, sechs Gramm Speed und was war hier er? Er wollte wie viel? Vier Gramm Grüne Fee. Kein Problem. War da. Hopp. Vier Gramm davon. Zwei, vier, sechs davon. Jetzt dürfen wir uns auf jeden Fall mal nicht erwischen lassen. Kann ich das Backpulver vielleicht nochmal hier ablegen? Ja, toll. Das liegt jetzt hier. Ja, danke. Tschüss. Mario Hanna ist nicht gut. Aber wo muss man denn hin? Haben wir hier auch, guck mal. Die Jungs hier sind in Ordnung. Die mag ich. Hopp. So, was wolltest du? Amphetamin zwei Gramm. Oh. Guck dir mal an. Erste Qualität. Ah, das funktioniert. Oh, das funktioniert. Ich werde mir eine scheiß goldene Nase verdienen. Jawohl. Äh. Ich habe eine Nachricht bekommen. Nicht, dass sie sich jetzt beschwert. Wo ist denn? Ah, hier. Ah, my friend. Was möchtest du? Amphetamin. Zwei Gramm. Gönn dir. Als nächstes gehen wir hier entlang. Und wir müssen noch einmal Amphetamin, glaube ich. Ne, zweimal Gras jetzt, ne? Ich wollte dir ein Probepäckchen geben, aber ich habe gerade nichts für dich dabei. Sorry, dude. Ah, er hier. Hi. Was wolltest du denn? Du bist ein Marihuana-Typ. Respektiere ich, man. Respektiere ich. Level 4. Oh, yeah. Und du? Und du wolltest? Amphetamin, zwei Gramm. Bitteschön. So, was haben wir an Kohle? 507. Oh, ja. So, jetzt hoffe ich, dass sich nicht irgendeiner beschwert und hier dieses Kartell, von dem ich die Drogen kaufe, mir voll in den, äh, Anus reinrammeln. Deswegen. Aber ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Wir haben es ja nicht zu hart gestreckt, ne? Was haben wir gemacht? Auf 8 Gramm haben wir 2 gestreckt, glaube ich, ne? Ja, so ungefähr. So, äh, gucken. Die haben es geschrieben. Der Kebab. Hast du 3 Gramm Speed? Weiß ich nicht, Bruder. Äh. Kann ich nicht genau sagen. Naja, ich hätte eventuell 3 Gramm Speed, wenn ich 1 Gramm Mehl dazu mache. Äh, wollen wir es versuchen? Wie lange ist die Folge? Ja, wir versuchen es noch gerade. Pass auf. Wir machen, wir machen das, äh, wir machen das absolut gewitzt. Da rein, hinzufügen. So, jetzt haben wir da, 3,89 haben wir so, so da drin, ne? Wenn wir hier noch ein bisschen, ne, äh, das ist ein bisschen viel. Machen wir hier, äh, was haben wir 3, ja, machen wir 0,2 dazu. Ach, geht nur einer? Uh, das ist jetzt aber, ja komm, wir versuchen es einfach, ne? Wenn er nicht zufrieden ist, wir haben neuer Gewichtsmacher, ja. Und dann holen wir ihm da noch ein 3er raus. Ja, es ist weiß. Es war schon die ganze Zeit weiß. So, Produkt verpacken. Machen wir ein 3 Gramm Päckchen. Mit da hinzufügen. Und dann bringen wir das dem Kebab noch in dieser Folge, würde ich sagen. Äh, Kebab. Habe ich da. Wo bist du, mein Freund? Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich komme. Oh, jetzt unten, ne? Du, 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 du. So, hier müsste der Gute doch irgendwo eigentlich... Hä? Wir sind jetzt da. Nicht blöd. Kebab. Läuft nur von mir weg, Mann. Hier ist dein Schild. Viel Spaß damit, Mann. Hörnt ihr. So, was wir noch machen ist, wir schalten das neue Gebiet frei. Das müssen wir ja auch noch machen. Okay. Äh, mindestens Respekt 700. Habe ich kein 700 Respekt, oder was? Was? Könnte ich denn sehen? Ah, ich habe 542 Respekt. Ja gut, dann müssen wir tatsächlich hier nochmal ran, weil jetzt können wir so leider das Gebiet noch gar nicht freischalten. das habe ich so nicht bedacht. Auf jeden Fall war das, äh, die nächste Folge, oder die aktuelle Folge von Drug Dealer Simulator. Ich bedanke mich für das Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo-Button nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Adieu. Au revoir. Salut. Und, äh, Dulü. Vielen Dank.